Willkommen zurück, liebe Code-Junkies, zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich mal denjenigen helfen, bei denen Teil 7 nicht so richtig geklappt hat, bei denen das mit String, Pfad 2 und Pfad nicht geklappt hat. Genau. Und zwar das Erste, was wir machen müssen, wenn wir so einen Fehler bekommen, ist, dass wir uns die Variablen anschauen. Dafür können wir hier neben draufklicken und dann wird die ganze Zeile rot markiert und jetzt können wir quasi das Programm öffnen, das Sagen und dann wird er uns eine Ausgabe geben mit den Variablen, die momentan im Code sind. Welche Ordner sind in meinem Verzeichnis? Genau, und jetzt haben wir so eine Ausgabe bekommen mit allen Variablen, die gerade in unserem Code so rumschwirren. Und das Wichtige für uns sind jetzt die Pfade. Und zwar haben wir hier Pfad 2, der ist noch auf Null. Der ist auf Null, die die Variablen immer einen Schritt später erst ihren Zusatz bekommen. Wir können jetzt einmal auch weitergehen. Ja, jetzt würde sie erstmal das Ganze runterbeten, das brauchen wir nicht. So, dann machen wir es folgendermaßen. Wir gehen einfach einen weiter. Wir gehen auf Pfad. Starten das Ganze wieder. Welche Ordner sind in meinem Verzeichnis? Und jetzt sagt er uns, im Pfad 2 ist file slash 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 sdocs coding. So, warum nun das Ganze Pfad 2.substring 8? Das Ganze werde ich euch einfach zeigen, weil dann versteht ihr es viel besser. Wir wissen jetzt, dass das File, da ist erstmal File mit drin und dann slash 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 s. Wir brauchen aber einen Pfad, weil der Explorer das in Pfaden machen muss. Das kann bei euch eventuell auch anders aussehen. Jetzt gehen wir einfach noch eine Zeile weiter runter. Welche Ordner sind in meinem Verzeichnis? Und sehen, aha, nun ist da ein Pfad drin, sdocs coding. Das bedeutet, es hat geklappt. Also der Substring hat geklappt. Der Substring ist nämlich dazu da, um den Pfad in dem Fall zu kürzen. Das heißt, wenn ihr Probleme habt damit, dann der Pfad muss bei euch so aussehen. Das muss Pfad sein und dann muss da ein wirklicher Pfad drin sein. Wenn da Slashes davor sind, ein Slash dahinter geht noch. Aber wenn da Slashes davor sind, vor eurem Pfad oder so, das stimmt nicht. Ihr braucht wirklich den Pfad zu eurem Verzeichnis. Nur dann funktioniert das. Und was das Teil gemacht hat, ist einfach nur die vorderen Buchstaben wegzuziehen. Die acht vordersten Buchstaben, Substring 8, das war File, Slash, Slash, Slash und was da noch war. Das wurde jetzt quasi einfach nur entfernt und wir haben hier jetzt einen richtigen Pfad, nämlich sdocs coding. Und da muss es auch rein. Genauso muss das aussehen. Und im Pfad, Pfad ist jetzt sdocs coding und Pfad 2 ist dann halt noch der alte, wo man das sehen kann. Hier f, i, l, e, Doppelpunkt, Slash, Slash, Slash. Das sind acht Stück, die sind weggenommen worden. Sdocs coding sind jetzt im Pfad gespeichert und damit können wir letztendlich weiterarbeiten. Das nur nochmal zu dem Thema, weil unter meinem letzten Video stand, dass, was bei manchen nicht funktioniert hat, es kann gut sein, es kann sein, dass es anders bei euch aussieht. Jetzt wisst ihr, was ihr machen müsst. Ihr müsst ein Substring machen. Ihr müsst gucken, was ist davor, eventuell sogar, was ist noch dahinter. Und erstellt Substrings von dem Ganzen, indem ihr Sachen wegschneidet. Falls ihr nicht genau wisst, wie das mit den Substrings funktioniert, guckt einfach auf MSDN, Microsoft Developer Network, unter Substring, da kriegt ihr eine riesengroße Anleitung mit allem, was ihr braucht. Ich packe euch das zudem noch in die Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.